Ja, letztes Spiel der Heiligenlanders Liga-Saison in Einstein. Erster gegen Zweiter, wo er schon vorab entschieden hat, es werde man schon wieder aufsteigen. Zum Spiel selber, es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, die Chancen auf der anderen Seite, ich war natürlich ein bisschen stärker, aber zu Schluss 0-0, ich hatte in Ordnung, schuld, dass auch der Emre ein bisschen verletzt hat am Knüchel und dann wünsche ich eine gute Person an. Ein Kompliment einmal an die Mannschaft, die Heiligen sind in der Super-Meistung geliefert, allem geklänzt, allem mit Herbst und Weidenschaft dabei gewesen, in der Super-Meistung, sonst würde ich noch Tränen kennen, trotzdem ist es schon entschieden. Und somit verdient die Meister wohl Komplimente an die Mannschaft, sie sind als Trainer, sie sind ein neuer Team, in der Vereine, sie sind sehr stolz, sie sind jetzt Präsident, natürlich haben wir noch zweit in der Mannschaft und wir freuen uns jetzt einfach ins Berg in der Saison nächstes Jahr und ich glaube, dass wir es eben auch gut zu machen. Wir haben einen schönen Sommer noch und macht es gut zu sehen.